Dieses Spiel heißt, das ist, am Anfang war kein Wort. Wir haben da mal was vorbereitet und ich würde euch bitten, kommt mal kurz mit. Sehr wohl. Los. Ja, Meister. Also. Warte mal. Wir bleiben ganz kurz mal hier stehen. Es ist wichtig, dass ihr hier stehen bleibt. Der hat sich wieder reingeschmuggelt. Der muss Security ... Den kenne ich. Security, das ist ein Verrückter mit einer Gardine im Publikum. Wir haben hier einen Special Guest, der sich wirklich wieder reingeschmuggelt hat. Fahri ist zurück. Ja. Fahri ist zurück, das ist schön. Und muss gleich auch aktiv teilnehmen. Denn wir gehen jetzt gleich hier in ein, süß seid ihr, in ein 20er-Jahre-Stummfilm-Set. Das ist eine Hommage an die Schwarz-Weiß-Filme der Zeit, die völlig ohne Ton auskamen. Ich stelle euch jetzt gleich Fragen und die Antworten müsst ihr dann, ohne zu sprechen, pantomimisch auf dieser kleinen Bühne da vorne, da bieten, da bringen. Und das Publikum darf raten und reinschreien, was die Lösung sein könnte. Okay, aber nur die hier vorne sitzen oder alle? Nur die hier vorne sitzen, inklusive Fahri. Ein Glück, dass Fahri da ist. Der Schauspieler, der ist vom Fach, der wird das bestimmt schnell alles rausfinden. Wenn ich euch einen Tipp geben darf, Schauspiel-Tipp, macht dreckige Sachen, dann komme ich da schnell drauf. Ab dieser Markierung wird nicht mehr gesprochen. Wenn ihr die richtige Antwort wisst, da vorne stehen so Bimmeln-Glocken. Wer als erstes die Antwort weiß, nimmt die Glocke in die Hand und ab jetzt wird geschwiegen. Los geht's. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Applaus 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 Untertitelung. BR 2018 Applaus 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 Das war die zweite von insgesamt drei Gewinnstufen. Jetzt wird abgerechnet und wir wissen, wer gleich die beiden sind, die um den Einzug ins Finale spielen. Wer von euch kann das Cover des Rätselhefts am schönsten zieren? Olli! Olli! Applaus 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 Olli Denn Olli führt mit 15 Punkten. Applaus Dicht gefolgt von Joko und Laura 11 Punkte. Applaus Dann wollen wir jetzt mal zur Tat streiken und erstmal den führenden Ehren. Das ist Olli! Applaus Und jetzt kannst du schon richtig mal so... Ich mache die auch. Applaus Das heißt aber auch, dass wir uns von einer Person verabschieden müssen. Und das ist in dem Fall leider Laura. Applaus Laura! Du hast dich so tapfer geschlagen. Es war so schön, dass du da warst. Dass du mitgemacht hast. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ja, ich hatte sehr viel Spaß. Hattest du? Sehr gut. Super hast du das gemacht. Dankeschön. Tschüss Laura. Du hast dich super geschlagen. Ich freue mich ein Fest mit dir. Tschüss Laura. Applaus Danke Laura! Laura! Ich hatte keine Ahnung, aber ich habe Ringelnattel. Das ist leider falsch. Oh nein, ich weiß was es ist. Ich darf nicht mehr, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte halt nicht abgucken, deswegen... Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte halt nicht abgucken, deswegen... Aber geht patronin in the hand.